Die MC50 hat einen Janmar Dreizylinder Dieselmotor mit 26 PS Leistung. Die MiG 34C leistet 34 PS. Durch die Knicklenkung ist der Wendekreis sehr gering. Das Wechsel der Anbaugeräte ist schnell und einfach. Die Bedienung ist simpel und einfach und leicht zu erlernen. Die MC50 ist extrem schmal und wendig und dadurch komme ich überall durch. Der Wendekreis macht die Wendekreis. Das Wechsel der Wendekreis macht die Wendekreis. Das Wechsel der Wendekreis. Wir sind auf die Wirklichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020